Jeder Bereich in Confluence besitzt seine eigenen Berechtigungen. Diese können durch den Bereichsadmin vergeben oder entzogen werden. Derjenige Nutzer, der einen Bereich erstellt, ist automatisch der Bereichsadmin von diesem Bereich. Möchten Sie wissen, wer der Bereichsadmin für einen Bereich ist, gehen Sie im Confluence-Menü auf Bereiche und dann auf Bereichsverzeichnis. Danach klicken Sie auf das Info-Symbol neben dem jeweiligen Bereichsnamen, um die Bereichsdetails aufzurufen. Im Bereich Konfigurieren-Dialog finden Sie den Bereichsnamen und Schlüssel, einen Link zur Startseite und sehen, wer den Bereich erstellt hat. Genauso sehen Sie eventuell die weiteren Admins des Bereichs, wenn es diese gibt. Für jeden Bereich können die folgenden Berechtigungen vergeben werden. Anzeigen oder Löschen des gesamten Bereichs, hinzufügen und löschen von Seiten, News, Anhängen und Kommentaren, Beschränkungen hinzufügen und löschen, E-Mails löschen, Exportieren des gesamten Bereichs und es können auch Admin-Rechte vergeben werden. Im folgenden Video gibt es mehr Informationen zum Vergeben von Bereichsberechtigungen.